Es geht um den Verkehrsunfall. Die Frau des Opfers wartet oben. Bereiten Sie alles zur Identifizierung vor. Und Reinhard? Gehen Sie diesmal bitte etwas pietätvoller vor. Klar. Frau Trabach, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Ich weiß, dass es gleich sehr schwer für Sie sein wird. Aber wir tun unser Bestes, um es Ihnen zu erleichtern. So, wir sind gleich da. Einen Augenblick noch. Ich schaue schnell nach, weil alles vorbereitet ist. Einen kleinen Augenblick noch. Sofort. Möchten Sie nicht eine Kleinigkeit essen? In unserer Kantine gibt es heute Hackbraten. Oh, Scheiße. Und so bin ich zur Streife gekommen. Das war eine tolle Zeit. Und sehr interessant. Besonders als wir Verkehrsunfälle aufnehmen mussten. Wann ist es denn endlich so mein? Ich will jetzt wissen, ob das da drin mein Mann ist oder nicht. Schreiben wir es. Wir kommen jetzt rein. Ich hoffe, es ist alles vorbereitet. Einen Moment noch. Frau Trabach. Sie müssen jetzt ganz stark sein. Der Herr Reilers wird jetzt die Schublade für Sie öffnen. Schublade sieben. Läô! Die drei? Die sieben. Machen Sie schon. Trabach hat lange genug gewartet. Frau Trabach, ist das Ihr Mann? Gott sei Dank. Sind Sie ganz sicher, dass es nicht Ihr Mann ist, Frau Trabach? Ganz sicher. Mein Mann ist viel kleiner. Und da ist noch was. Was denn? Normalerweise steckt kein Handweg an seinem Hintern.